Hallo ihr lieben Star Wars und Comic-Fans, ich bin Philipp vom Kanal Bookwalk. Im heutigen Video stelle ich euch kurz das Comic Star Wars Adventures Helden der Galaxis vor. Das Comic Star Wars Adventures Helden der Galaxis ist ein exklusives Comic aus dem Hause Panini, welches es nur zum gerade Comic-Tag gibt. Der Stuttgarter Panini-Verlag ist mittlerweile einer der größten europäischen Jugendverlage und neben den klassischen Klebebildchen hat der Verlag mittlerweile so viel mehr zu bieten als die klassischen Fußball-Sammelkärtchen. So haben unter anderem die amerikanischen Verlage DC und Marvel bei Panini im deutschsprachigen Raum ein Zuhause gefunden. So sind unter anderem Deadpool, Batman, Iron Man bei Panini zu finden. So könnt ihr unter anderem auch Schattenspringer 3 von Daniela Schreiter, Deadpool, DC, Batman Metal sowie das Crossover bestehend aus Avengers und Attack on Titan finden. Kommen wir aber zurück zu einer weit, weit entfernten Galaxis. Die Grundlage für die sehr komplexe und immer weiter wachsende Star Wars Welt legte seinerzeit George Lucas, welcher mit dem Film Krieg der Sterne eine neue Hoffnung seinerzeit Maßstäbe setzt. So gibt es mittlerweile acht verschiedene Filme, unter anderem auch Woke One, eine Star Wars-Geschichte, ganz viele verschiedene Merge-Artikel, ganz viele Bücher, ob offiziell oder inoffiziell und eben auch zahlreiche Comics. Eines dieser Comics könnt ihr Mitte Mai 2018 und ran uns gerade als Comic-Tags abgreifen. Die dann erhältliche Star Wars-Geschichte ist Teil des sogenannten Kids-Comic-Programms, das heißt sie ist besonders für jüngere Leserinnen und Leser geeignet. Dieses in Mai erhältliche Comic enthält zwei komplett abgeschlossene Kurzgeschichten. Davon ist eine Droiden-Story absolut exklusiv im deutschsprachigen Raum, nur in diesem Comic erhältlich. Und dann gibt es zum anderen noch eine Leseprobe zur Jung-Graphic-Novel Rogue One, zu einem meiner, ich denke, liebsten Star Wars-Filme. Ich persönlich bin ja selbst ein sehr, sehr großer Star Wars-Fan und werde, denke ich, auch meine Chance direkt Mitte Mai nutzen und zum Buchhändler meines Vertrauens laufen und mir diese exklusive Droiden-Story sichern. Ich hoffe, dass ich schnell genug bin. Auf jeden Fall freue ich mich wahnsinnig darüber, wieder ein neues aus dem Star Wars-Kosmos zu sehen. Alle weiteren Informationen zum Gratis-Comic-Tag, sowie die Teilenden Verlage und die ansonsten erhältlichen Comics könnt ihr auf der Homepage www.gratiscomic-tag.de einsehen. Oder ihr schreibt im Vorfeld oder während des Gratis-Comic-Tags schon fleißig mit uns unter dem Hashtag GCT2018. Viel Spaß beim Comics sammeln am 12. Mai 2018 und möge die Macht mit euch sein.